Musik Jetzt wird's Schweine spannend, denn ich treffe heute gleich zwei Schweine, genauer gesagt Minischweine. Ich kenne eigentlich nur Schweine, die im Stall leben, aber bei Daniela leben Freddy und Hamlet direkt im Haus mit. Ich will heute mal mit euch rausfinden, ob sich Schweine wirklich als Haustiere eignen und was man mit denen alles so erleben kann. Kommt mit. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Hallo. Apropos, ich glaube, mein Schwein pfeift. Woher kommt eigentlich der Ausdruck? Ist es Antwort A, weil Schweine pfeifen, wenn sie überrascht sind? Oder ist es Antwort B, weil Schweine eben nicht pfeifen können und man damit ausdrückt, dass man etwas unmöglich findet? Die Auflösung gibt's wie immer später. Daniela? Hallo, Anna. Hallo. Komm rein, ich bin hier. Hi. Oh, wen hast du denn hier? Den Hamlet. Den Hamlet? Dann ist draußen wahrscheinlich der Freddy, den habe ich gerade schon gesehen. Boah, sag mal, Minischwein hieß es. Das ist aber kein Minischwein, der ist ja riesig. Nein, der Hamlet ist gar nicht so groß, aber der Hamlet ist erst zwei Jahre alt. Der wiegt jetzt ungefähr 90 Kilo und Schweine wachsen, bis sie vier, fünf Jahre alt sind. Oh je, das heißt, der wird noch größer? Der wird noch größer. Warum heißt es denn dann Minischwein? Der ist überhaupt nicht klein. Das kann man nie wissen, wie groß die Minischweine wären, wenn man sie kauft, so klein. Das war Hamlet als Merkel. Schweine sind Rottentiere. Darum sind sie immer gerne in Danielas Nähe und dürfen auch mal ins Haus. Warum Freddy nicht auch in die Küche kommt, sondern sich unterm Tisch versteckt, erklärt mir Daniela. Daran ist nämlich Hamlet schuld. So richtig geheuer ist dem Freddy das nicht mit dem Hamlet, weil das ist eigentlich Hamletsreich, weil der Hamlet der Erste war und der Größere. Hat der Freddy Angst vorm Hamlet? Ja, er hat schon Respekt, weil der Hamlet ist der Boss. Er ist der Ranghöhere. Aber auch den Boss kriege ich mit frischen Apfelstückchen um den Finger gewickelt. So, Hamlet, guck mal. Und schon ist es weg. Hört ihr das? Genau so stelle ich mir einen Schweineschmatzen vor. Mh, lecker, lecker. Ich habe mal noch was. Schweine leben ja schon seit vielen Jahrhunderten mit den Menschen zusammen, allerdings eher als Nutztiere. Dass wir sie als Haustiere halten, ist relativ neu. Alles, was es über Schweine zu wissen gibt, seht ihr jetzt in meinem kleinen Film. Dieses Schwein hier kennt ihr bestimmt. Das Wildschwein. Vor langer Zeit haben Bauern Wildschweine an den Menschen gewöhnt und verschiedene Rassen daraus gezüchtet. So entstanden aus dem Wildschwein unser rosarotes Hausschwein und das wuschelige Bentheimer Schwein. Es gibt etwa 20 verschiedene Arten von echten Schweinen. Dazu gehört neben unserem Wildschwein beispielsweise auch das schwarzen Schwein aus Afrika. Auch das Pinselohrschwein mit seinen schicken Ohren und der auffälligen Fellfarbe lebt in Afrika. In Asien findet man Bartschweine. Je älter sie werden, umso länger wird ihr Bart. Anna, hier, nimm das bitte mal, leg es unter deinen Schuhen und warte ab, was der Hamlet macht. Ne, also damit hätte ich nicht gerechnet, der hätte mich fast umgekippt. Ich glaube, der hätte jetzt wirklich alles dafür getan, um da dran zu kommen. Er sucht nochmal weiter, ob nicht doch noch was drunter ist. Die, die sich suchen, das machen sie auch den ganzen Tag, weil das ist ihre Beschäftigung, Nahrungssuche. Somit sind sie eh im Garten besser aufgehoben. Freddy und Hamlet haben ein eigenes Gehege im Garten. Freddy! Und das schaue ich mir jetzt an. Er hat sich hier zurückgezogen. Aber er kommt wirklich aufs Rufen. Ja, hallo! Das ist ja cool, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Was ist denn noch wichtig in so einem Schweinegehege, damit die sich Pudelwohl fühlen? Ganz wichtig ist, dass die Schweine Schatten haben. Ah ja, da hast du hier Wüsche, dann spenden ja ordentlich Schatten, oder? Aber ich habe auch noch einen Sonnenschirm extra aufgestellt. Einen Sonnenschirm? Genau. Ah, da hinten, jetzt schaue ich mir mal an. Gut, machen wir das. Schatten ist wichtig, weil Schweine nicht schwitzen können. Da ist die Gefahr groß, dass sie einen Hitzschlag bekommen. So, super, dann sind sie jetzt vor der Sonne geschützt, oder? Nicht ganz. Sie legen sich ganz gerne in die Sonne, genießen das Sonnenbad. Dafür brauchen sie Sonnenspray. Die Schweine brauchen Sonnenspray. Ja, die verbrennen sehr leicht. Sie haben eine empfindliche Haut. Eincremen. Gibt er auch eins? Einfach so draufspülen. Genau. Oh, das mag er nicht. Es ist nötig, Hamlet. Jetzt kommt der Freddy auch. Jetzt kommt der Freddy noch dran. Jetzt kommt der Freddy noch dran. Jetzt kommt der Freddy noch dran. Und das ist schon, dann hat er die Nächste. Alles geschafft. Also, sie mögen es anscheinend nicht. Aber bevor sie sich die Haut verbrennen, sollte man sie lieber gut schützen. Der geht ja bei dir hier mitten ins Beet rein. Ja. Boah, sagen wir mal, Daniela, die machen dir hier doch alles kaputt, oder? Alles nicht, aber viel schon. Ein Gartenliebhaber darf man da nicht unbedingt sein. Dein Gras ist nicht mehr allzu schön. Das stimmt, es ist nicht mehr allzu schön, aber das geht noch. Es gibt auch richtige Löcher, die die Schweine machen. Echt, hast du welche? Schauen wir mal an. Er weiß genau, dass er das war, deswegen rennt er jetzt schnell weg. Ich weiß nicht. Kann man denn nicht, um die irgendwie noch anders zu beschäftigen, einfach ein bisschen mit denen spazieren gehen? Auch wenn man das ab und zu so sieht oder auch denkt, das würde gehen, das ist verboten. Und jetzt sei mal ganz ehrlich, du hast gemerkt, wie stark der Hamlet ist. Kannst du dir vorstellen, mit ihm spazieren gehen zu wollen an der Leine? Nee, also, ich habe ja vorhin gemerkt, wie stark der ist, als er mich wirklich weggeschubst hat. Ich glaube, dem seiner Kraft kann ich nichts entgegensetzen. Da hast du recht, es ist gefährlich. Platzbedarf. Schweine brauchen ein Gehege, einen mindestens 200 Quadratmeter großen Auslauf und einen Wühlplatz. Ich zeig euch mal, wie groß das ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt guck ich mir mal an, wie es in so einem richtigen Schweinestall aussieht. Und weil es unserem Kameramann zu eng ist, nehm ich euch mit dieser kleinen Kamera hier mit. Los geht's. Ui, da hat ja richtig viel Platz hier. Guckt mal. Wie sieht es denn aus da drin? Ist es gemütlich? Gut sieht es hier drin aus. Gemütlich ist es auch. Ich glaube, ich bleibe hier ein bisschen liegen. Das Stroh und die Wärmelampe sorgen dafür, dass die Tiere es schön warm haben. Ja. Du, ich muss sagen, ich hab's mir gar nicht so sauber in einem Schweinestall vorgestellt. Die Schweine schlafen ja nur in dem Stroh. Die Schweine schlafen in ihrem Häuschen extra. Die haben extra eine Toilette, wo sie immer hingehen und extra einen Restplatz. Tatsächlich machen die Schweine immer ins gleiche versteckte Eck. Das ist ganz schön praktisch beim Saubermachen. Also das nächste Mal, wenn eure Eltern zu euch ins Zimmer kommen und sagen, boah, hier sieht's ja aus wie ein Schweinestall, dann ist das eigentlich ein Kompliment. Sagt er, super, so will ich's haben. So, Anna, dann werden wir den Wein jetzt mal das Abendbrot vorbereiten. Ja. Zweimal am Tag bekommen Mini-Schweine Futter. Und zwar rein pflanzliches. Und weil sie gerne schlabbern, machen wir ihnen ein Spezial-Müsli. Dann benötigen die Schweine auch mal viel Kalzium. Das heißt, so zwei-, dreimal in der Woche bräuchten sie Quark, Buttermilch, Joghurt. Halt für ihre Knochen. Kalzium, damit die Knochen nicht brechen. Die haben ja sehr, sehr kurze Beine, aber einen relativ massigen Körper. Das heißt, die Knochen müssen einiges aushalten. Und dann natürlich auch lieber Gemüse, mehr Gemüse als Obst, weil Obst hat viel zu viele Kalorien. Die haben nicht bettet jetzt hier schon. Ja, ich merk's. Das ist ganz schön laut. Ich geb ihm schon mal ein Stück, weil er jammert so. Schau mal. Küchenabfälle sind für Schweine übrigens gar nicht gut. Die können sie krank machen. Und erst mal das von Freddy essen. Bei Schweinen ist das sogar so. Der schiebt mich richtig weg. Der stupst mich an. Hey, ich hab jetzt Hunger. Gib mir was. Komm mit, Hamlet. Du bist der Erste. Hamlet. Das ist auch wichtig. Das Ragenkohltier muss immer zuerst gefüttert werden. Um Streitereien zu verhindern, hat jeder seinen eigenen Futterplatz. Hier kann ich jetzt mal auf den Stein bestellen. Sehen wir mal, dass der Freddy doch relativ schnell laufen kann. Oh, 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 oh. Okay, ich merk schon, da passt der Ausdruck. Du frisst wie ein Schwein jetzt doch ganz gut. Dass ich Freddy und Hamlet streicheln kann und ihnen auch ein paar Leckerchen geben kann, das hab ich schon gesehen. Jetzt will ich mal sehen, ob die auch mit mir kuscheln. Jetzt fällt mir grad auf, der Hamlet hat, au, jetzt hat er mich gebissen. Ah, aber nichts passiert. Warum macht er sowas? Ich glaub, der ist einfach gierig und denkt, du hast noch mehr. Ich hab noch mehr. Du hast noch mehr? Nee, ich hab nicht mehr, aber er hat's probiert. Hamlet. Es sind keine Haustiere, es sind andere Tiere. Sie sind nicht zum Kuscheln und Schmusen da. Sie sind einfach eigenständig, brauchen viel Bewegung. Aber sie lieben ja doch irgendwie die Nähe zum Menschen. Also, das ist sehr schön, finde ich, dass man ihnen so nahe kommen kann und man auch das Gefühl hat, sie genießen es, wenn man sie so streichelt. Meistens zumindest. Bei den Schweinen ist es so, Anna, die machen wirklich viel Arbeit. Man darf keine Wohnung haben, sondern man muss schon ein Haus haben mit Garten, wo die Schweine rausgehen können und viel Zeit. Das ist das Wichtigste. Dazu kommt, nicht jeder darf Schweine halten. Man braucht Genehmigungen, zum Beispiel vom Amtstierarzt. Was kostet denn so ein Schwein? So ein Schwein, wenn du es beim Züchter kaufst, kostet ungefähr 200 bis 500 Euro. Ansonsten hast du natürlich ja auch noch die Kosten für die Hütte. Ja, die habt ihr jetzt selber gebaut. Kann man die denn auch kaufen? Nein, es gibt richtig für Minischweine keine Hütten zu kaufen. Also, unsere Hütte zum Beispiel, die haben wir ja selbst gebaut und die Materialkosten alleine waren schon gute 700 Euro. Puh, okay, aber man muss auch ein bisschen handwerklich geschickt sein. Auch noch dazu. Genau. Ansonsten brauchst du den Zaun Futterkosten. Mit wie viel Futterkosten muss ich denn ungefähr im Monat rechnen? Ich denke, pro Schwein 20 bis 25 Euro. Okay, aber man muss ja immer zwei Schweine haben, also so doppelte. Um die 50 Euro. Ja. Jetzt alle Infos zu den Minischweinen. Die gibt es auch auf Internet. Kommt! Wie pflegt und hält man ein Minischwein richtig? Minischweine sind Rottentiere und brauchen immer mindestens einen Artgenossen. Sie gehören nach draußen ins Gehege, dürfen aber auch mal ins Haus. Wie viel Platz braucht ein Minischwein? Sehr viel. Das Gehege sollte 200 Quadratmeter groß sein, mit viel Auslauf, Schatten und Platz zum Wühlen. Und einen Stall, der vor Kälte schützt. Was frisst ein Minischwein? Gemüse, Obst und Körnerfutter. Außerdem regelmäßig Quark oder Joghurt für die Knochen. Küchenreste oder rohes Fleisch können die Tiere krank machen. Kuscheln Schweine gerne? Schweine müssen immer wissen, wer der Chef ist. Sie sind gerne in unserer Nähe, aber sie sind keine Kuschel- oder Schmusetiere. Was kostet ein Minischwein? So lustig sie sein mögen. Schweine sind nichts für jeden. Man braucht Genehmigungen und es kommen hohe Kosten für die Haltung auf einen zu. Für Futter muss man zum Beispiel um die 50 Euro pro Monat einrechnen. Angela, es gibt ja so einige Sprüche zu Schweinen. Aber kennst du eigentlich den Ausdruck, ich glaube, mein Schwein pfeift? Kommt es daher, weil sie a pfeifen, wenn sie überrascht sind oder b, sie pfeifen nie und deswegen sagt das jemand, wenn etwas unmöglich ist. Also, ich weiß es von meinen Schweinen schon, die richtige Antwort. Die Schweine selbst geben ungefähr 20 verschiedene Laute von sich. Und sie können auch bellen, wie Hunde. Das tun sie, wenn sie überrascht sind, Angst haben oder sich freuen. Aber was sie nie machen, ist, sie pfeifen. Das stimmt, ich habe ja heute schon so einige Laute bei den Schweinen gehört, aber gepiffen haben sie wirklich nie. Das wusstet ihr zu Hause bestimmt auch schon. Der Freddy hat jetzt richtig Glück gehabt, denn der darf jetzt dieses leckere und vor allem auch gesunde Quarkschälchen ausschlecken. Schau mal, Freddy. Nein, du musst schlecken. Oh, nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Ich schmatze noch ein bisschen mit dem Freddy. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.